Die Chance habe ich auf jeden Fall und es ist sogar so, dass die Seiteneinsteiger als Franchise-Nehmer fast die Mehrheit sind. Das hat klare Gründe. Der Franchise-Geber hat sein System erprobt, getestet, über viele Jahre erfolgreich geführt. Deswegen weiß der Franchise-Geber, auf was es ankommt. Wenn er jetzt mit einem Franchise-Nehmer in Kontakt ist, kann er ihn abholen, so nenne ich das mal. Er kann ihn abholen und zielgerichtet ausbilden. Wir nennen das die sogenannte Countdown-Schulung. Das heißt, der Franchise-Nehmer, Sie werden als Franchise-Nehmer so ausgebildet, dass Sie alles in Ihrem Betrieb auch beherrschen. Ob es das Kassensystem ist, ob Sie technische Prozesse verstehen müssen, Sie müssen die Produkte kennen, Sie müssen die Werbung verstehen, Ihre Betriebsorganisation. Das alles erhalten Sie zielgerichtet vom Franchise-Geber. Das heißt, das sind Dinge, die haben Sie wahrscheinlich in Ihrem Berufsleben eh noch nicht gelernt. Und wir wissen, was zielgerichtete Schulung bewirken kann, wenn wir qualifizierte Seminare besuchen oder selbst mal in unserem Beruf einen Workshop, wie viel zwei, drei Tage oder eine Woche bringen, persönlicher Fortschritt in der Weiterqualifikation. So, ich kenne sehr viele Franchise-Systeme, wo wirklich mit Seiteneinsteigern sehr erfolgreich gearbeitet wird. Mir fällt da ein, ein System Pizza-Heim-Dienstleistung. Dort kenne ich drei Franchise-Nehmer, einen Bilanzbuchhalter, einen ehemaligen Bilanzbuchhalter, einen Maschinenschlosser und einen Berufsschullehrer. Und auf den ersten Blick würde man sagen, was sind das für Lebensläufe. Auf den zweiten Blick, wenn man diese Personen kennt, die arbeiten jeden Tag gerne und stellen sich lange nicht mehr die Frage, was sie eigentlich in ihrem vorherigen Berufsleben gemacht haben und was sie jetzt als Franchise-Nehmer machen. Die haben ganz einfach Spaß an ihrer Existenz und das ist ein ganz typisches Bild.